In diesem Video geht es um Sascha Rieter und seine Vorstellung als Manager von Schalke. Ja, Sascha Rieter hat zuletzt in den Medien bekannt gegeben, dass er sich vorstellen kann, Manager aus Schalke zu werden und jetzt aber erstmal weiter lernen möchte und dass das in Zukunft aber definitiv eine Position sein kann, die er besetzen könnte. Ja, wie finden wir das? Wie finde ich das? Ich finde es immer gut, wenn man Spieler einbindet. Jedoch finde ich, dass die Spieler auch dann diese Position gut ausüben müssen. Also es reicht nicht ein guter Spieler zu sein, sondern man sollte definitiv dann dieses Know-how sich nach der Spielerkarriere erlernen und eine Managerposition auf Schalke wäre im Moment für mich definitiv zu früh für Sascha Rieter. Also ich erinnere mich an die erste Pressekonferenz mit Sascha Rieter und da war er sehr nervös und das sah für mich alles andere als souverän aus. Und ja, da muss er halt lernen, jetzt nicht nur sich medial zu verkaufen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie dann die Position genau aussieht, ob das eher Management intern ist, wie das jetzt zum Beispiel in Jochen Schneider macht, der jetzt nicht ganz so oft präsent ist vor den Medien. Das ist ja meistens dann nur der Trainer. Oder ob das halt auch so eine Position ist, wie zum Beispiel Horst Held, dass er auch sehr oft dann bei den Pressekonferenzen dabei sitzt. Dann muss er definitiv an seiner Medienkompetenz arbeiten, wie ich finde. Zumindest, was ich da beim ersten Interview auf Schalke gesehen habe, das sah noch sehr, sehr unlocker aus und unsouverän. Und auch in den weiteren Interviews hat er sich definitiv gebessert, auf jeden Fall. Aber da fehlt für mich noch ein gewisses Stück, um da eine Souveränität auszustrahlen und um da perfekt vorbereitet zu sein für die sämtlichen Fragen, die die Medienverantwortlichen, die da die Journalisten dann stellen werden. Und ja, wie sieht es mit den Management-Aspekten aus? Ich kann natürlich jetzt nichts sagen über, ich kenne den Sascha-Rieter nicht und ich weiß nicht, wie er arbeitet. Nur, ich kann allgemein sagen, dass man da auch definitiv zumindest so einen BWL-Abschluss haben sollte oder halt wirklich viel Grips in der Birne hat, dass man das alles aufholen kann. Und da muss man definitiv sich weiterbilden. Man sollte viel von den Verantwortlichen lernen, die aktuell diese Rollen ausüben. Aber nicht nur auf die gucken, sondern auch sich selbst weiterbilden, weitere Quellen sich zu sich nehmen und sich einfach weiterbilden. Und das ist dann so der Weg, wo dann so ein Spieler, wenn er auch noch dazu kommt, dass er dann diese Kompetenz erlernt, dass er dann wirklich hier perfekt reinpasst. Und einem Sascha-Rieter traue ich das definitiv zu. Nur, ich sehe das jetzt in den nächsten, ja, kurzfristig bis mittelfristig sehe ich das nicht. Sagen wir mal, ab fünf Jahre aufwärts kann ich mir das aber definitiv vorstellen. Was ist deine Meinung zu Sascha-Rieter? Wie findest du außerdem, wie er aktuell die Position ausübt? Und, ja, könntest du dir Sascha-Rieter als Manager auf Schalke vorstellen? Schreib's mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!